Unser Motto ist, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Bei uns in der Abteilung ist top, also ich verstehe mich echt gut mit meinen Kollegen. Macht Spaß, miteinander zu arbeiten, weil alle einfach auch offen sind, mal einen Scherz zu machen, dass man morgens zusammen Kaffee trinken geht und die Projekte auch untereinander bespricht. Dadurch, dass wir die Planung und auch den Aufbau selber machen, haben wir da sehr, sehr viele Möglichkeiten und können den Kunden eigentlich optimal beraten. Wir sind nicht gefangen in irgendwelchen Fremdsystemen, sondern wir machen eigentlich das, was der Kunde braucht. Also wir sind in der luxuriösen Lage, dass wir wirklich warme Leads reinbekommen, die wir bearbeiten können. Es gibt einem auch ein gutes Gefühl, wenn man einfach am Schluss von den Kunden hört, nee, super, sie haben mir sehr geholfen. Wenn Sie spannende Projekte bearbeiten wollen, dann kommen Sie zu uns ins Team. Also was schon erforderlich ist, einen technischen Hintergrund, einfach ein gutes technisches Verständnis. Wir suchen jemanden, der gut mit Menschen umgehen kann, der gut kommunizieren kann, gut zuhören kann und sehr, sehr gute Auffassungsgabe hat. Anforderungen und Arbeitsinhalte finden Sie in unserer Stellenausschreibung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.